Henkon Forestry ist der Spezialist für Forstmaschinen und bietet unter dem Namen Axel eine breite Palette hochwertiger Hacker an. Die Fertigung unserer robusten, zweckspezifischen Hacker erfolgt in unserem eigenen Werk im niederländischen Ulft und bei unserem strategischen Partner Pezzolatu in Envie, Italien. Ein Axel ist immer einsatzbereit. Dafür sorgen wir mit einem umfassenden internationalen Service. Ersatzteile liefern wir innerhalb von 48 Stunden direkt zu Ihnen und bei Bedarf macht sich ein Servicetechniker sofort auf den Weg. Bei Henkon Forestry stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Kurze Kommunikationswege und persönlicher Kontakt sind uns wichtig. So wissen wir genau, was gebraucht wird und können einen gezielten Service anbieten. Zum Beispiel eine Schulung im Gelände für Sie und Ihre Mitarbeiter, damit Sie Ihren Axel in vollem Umfang nutzen können. Ganz gleich, ob Sie Ihren Forstbetrieb neu gegründet haben oder ein großer internationaler Akteur sind. Henkon Forestry geht gern eine Zusammenarbeit mit Ihnen ein, in der wir mehr liefern als Qualität. Wir denken auch bei strategischen Fragen mit Ihnen mit und beraten und unterstützen Sie in den Bereichen Marketing und Finanzierung. Ihr Wachstum ist unser Ziel.